Ja und Newsflash, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten, neue Ausgabe Newsflash heute. Wir haben Tom Brady Nachrichten, wir haben Oda Beckham Nachrichten, bisschen College Football und denkt natürlich dran, heute Abend ist schon NFL, wir haben drei Spiele, 19 Uhr, dann 22 Uhr irgendwann und nachts wieder, also 2 Uhr irgendwann ein Spiel. Nicht, dass ihr das irgendwie verpeilt. Ansonsten ist heute der letzte Tag, bei dem ihr noch, oder an dem ihr noch, beim NFL Shop Europe oder bei Fanatics Europe, mit den beiden Links in der Beschreibung, der erste ist, glaube ich, der NFL Shop, der zweite ist Fanatics, bestellen könnt und wenn ihr Premium Versand auswählt, dann ist es garantiert von der Seite, dass es noch bis zum 24. ankommt, falls ihr es also noch verschenken wollt. Ansonsten müsst ihr natürlich nicht machen, nur für die Leute, die jetzt vielleicht denken, oh shit, ich wollte eigentlich noch, ne, das ist jetzt der letzte Tag und ich glaube, ihr habt immer noch ein Angebot auf der Seite. So, die erste Sache, die wir natürlich wie immer zu erledigen haben, ist das Thursday Night Game und ich habe mir das angeguckt und bin jetzt bereit, euch was dazu zu erzählen. Ne, ähm, als ich mir gerade den Screenshot rausgesucht habe, den ich euch hier unten irgendwo ins Bild packe, ist mir aufgefallen, irgendwie, 21, 13, gerade als ich drüber reden wollte, hatte ich es deutlich, deutlicher im Kopf, dann ist mir aber eingefallen, ah, ne, die Seahawks haben ja zum Schluss nochmal gepunktet und haben dann nochmal versucht, den Ball wiederzukriegen und da und höh, ähm, und dann war doch fast noch der Touchdown für San Francisco, der lange Run von Mason da und so weiter. Also, es war letztendlich für alle, die es nicht geguckt haben, es war deutlicher, als das Ergebnis es am Ende aussagt. Ähm, die 49ers haben am Anfang auch sehr gut gespielt und die Hawks haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Gino Smith hatte nicht seinen besten Tag, sage ich mal, diese Saison, hat auch absolut nicht schlecht gespielt. Ähm, einmal zwar noch gefumbelt, aber ansonsten war es da, oder war da nicht großartig was los. Das hat aber halt auch den Hawks nicht geholfen, denn an sich hat die Defense echt ziemlich gut gespielt, muss ich sagen. Ähm, aber du hast halt ein paar Big Plays zugelassen und dann am Ende dieses Minus-Eins-In-Turnover-Differential, der eine Fumble. Ähm, es war allerdings nicht der von Gino, der, der wurde selber wieder recovered von einem O-Liner, sondern das war dann später der von Travis Homer. Ähm, das, das war bitter, das war auch beinahe sogar ein Scoop-and-Score. Ähm, also ja, das, das war auf jeden Fall das, was den, äh, Seahawks ein bisschen das Genick gebrochen hat und die beiden Big Plays, auch wenn das eine davon, das war, glaube ich, gar nicht so weit, aber das waren natürlich die beiden Touchdowns auf George Kittle, ähm, die waren am Ende sehr, sehr kritisch. Kittle hat nur vier Catchers, hat damit aber 93 Yards und zwei Touchdowns, also am Ende auch wieder einen sehr, sehr starken Tag. Äh, Christian McCaffrey war wieder verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig leise, sage ich mal. Also da hat die, die Rush-Defense von den Hawks eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht, auch wenn man sagen muss, dass es häufig erst im zweiten, teilweise sogar im dritten Level, wenn dann der Safety runtergekommen ist in die Box, ähm, geklappt hat, ihn zu tacklen. Aber es war häufig halt dieses genau letzte Tackle, deswegen hat man irgendwann im dritten, vierten Viertel auch gesehen, dass McCaffrey voll angefangen hat, sich zu ärgern, denn häufig war das Blocking echt gut von den Niners und er ist durch die Line gekommen, hätte dann einen quasi irgendwie müssen, lassen, müssen, was auch immer. Ähm, ich wollte nicht austanzen sagen, das klingt immer so falsch. Einen ausjuken müssen oder irgendeinen Move und was weiß ich an einem Muster vorbeikommen, hat es dann eigentlich nie wirklich geschafft. Ähm, längster Lauf waren zwar 23, aber das war auch mehr Blocking als alles andere. Das eine Mal, wo ich wirklich sagen muss, das war schlechte Run-D, äh, das war dann natürlich der, der 55er von Mason zum Schluss, ähm, wo man auch gesagt hat, ja, okay, in andere Running Backs werden dann vermutlich irgendwann geslidet. Er hat halt eindeutig noch versucht, in die Endzone zu kommen, aber da kann man ihm, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, ähm, weil ich meine, der ist halt ein Rookie, weiß ich, er ist ein Rookie, er kriegt nicht viele Gelegenheiten, ähm, und sieht jetzt echt ganz gut aus die letzten Wochen, deswegen, da macht ihm, glaube ich, auch wirklich keiner einen Vorwurf, dass er versucht hat, nochmal in die Endzone zu kommen. Ähm, abgesehen von Kittel war das Rushing Game auch echt nicht so gut drin, muss ich sagen, was mir ein bisschen, äh, nicht das Genick gebrochen hat, aber was natürlich ärgerlich ist für Fantasy. Ich zeige euch nachher übrigens gleich noch mein Team, ähm, dann werdet ihr sehen, warum das ärgerlich war. Aber ja, ansonsten, Kenneth Walker war auch nicht gut drin im Spiel und irgendwann haben die Hawks dann auch mehr oder weniger, abgesehen davon, äh, Rushing Game reinzubringen. Ich glaube, von den ersten sieben Third-Down-Conversions haben sie nur eine, äh, Conversion, Moment mal, von den ersten sieben Fourth-Down-Conversion-Attempts konnten sie nur einmal converten, so rum. Insgesamt sind sie dann ein bisschen besser geworden, zum Schluss waren vier von 13, aber das reicht natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite, die 49ers waren auch nicht sonderlich gut, die waren 6 von 13, ähm, und da hat man echt teilweise gemerkt, dass Brock Purdy halt doch noch nicht so weit ist. Und was man auch in dem Spiel gemerkt hat, ist, dass es ihm sehr, sehr einfach gemacht wird. Erstens aufgrund des Talents um ihn rum und zweitens mit den Reads die Art. Das sind halt häufig Plays gewesen, wo du nur einen Read hast. Einen Read heißt nicht, er kann nur einen anwerfen, sondern einen Read heißt zum Beispiel, ähm, du hast eine extrem volle Protection oder auf, auf die eine Seite guckt er gefühlt gar nicht und du hast nur einen High-Load zum Lesen. Und wenn der nicht da ist, dann guckst du zum Checkdown, wenn der nicht da ist, dann versucht der noch zu scramblen. Aber so weit ist es halt nie wirklich gekommen. Wurde auch nur einmal gesackt in dem Spiel, ähm, und, und Checkdowns waren auch gar nicht so oft drin. Äh, deswegen, es hat sehr gut funktioniert, auch alleine der, der Touchdown durch die Mitte zu kitteln. Ist halt ein Play, wo du letztendlich nur einen wirklich anwerfen kannst. Aber du hast halt so viel Miss Direction drin, vor allem, ach, ich werfe ein Screen nach hier, dreh mich um, ich werfe ein Screen nach da. Und dann werfe ich eigentlich den Ball durch die Mitte. Also es ist schon sehr, sehr gut gemacht und die sind halt auch nicht umsonst eins der bestgecoachten Teams der NFL. Ähm, ansonsten zu dem Spiel nicht wirklich viel zu sagen. Tyler Lockett hat sich den Finger gebrochen und es ist Stand jetzt noch unklar, ob er den Rest der Saison spielen wird. Und das könnte den Hawks jetzt in einem Playoff-Push halt sehr, sehr, sehr wehtun. Äh, ich glaub, die haben jetzt vier von den letzten fünf verloren oder so. Kritisch. Ich glaub, äh, jetzt, jetzt kommen halt auch gar nicht mehr so einfache Spiele noch. Die Chiefs sind noch da, jetzt direkt das nächste und danach Jets, ähm, die auch eine verdammt gute Defense haben und danach die Rams, was man halt eigentlich definitiv gewinnen sollte. Aber mit nur noch einem Sieg reicht das halt definitiv nicht in die Playoffs. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwieriger geworden für, für Seattle. Ach, und letztes Wort noch, Chavarious Ward hat einen, einen richtig guten Job gemacht mit DK Metcalf. Ähm, ist dann zum Schluss noch draußen gewesen und dann kam er wieder rein und so weiter. Aber man hat halt einen ganz krassen Unterschied gemerkt. Ähm, als, ich glaub, Janoris Jenkins war dann als Ersatz für ihn drin, ne? Das kommt mir grad so falsch für, aber irgendwie. Ja, doch, Janoris Jenkins, als der drin war und als der auf DK Metcalf war, ganz andere Art von Offense von den Hawks. Die haben sofort zu ihm geguckt, haben sofort versucht, das auszunutzen. Und Chavarious Ward, wie gesagt, guten Job gemacht. So, kurzer Blick auf mein Fantasy-Team, weil ich gefragt wurde, ob ich euch das zeigen kann. Ähm, ich bin in die Playoffs reingekommen, als ich glaube vorletzter oder so. Ich hab Josh Allen auf Quarterback, drittbester Quarterback, kann man mal machen. Wir sind PPA übrigens. Äh, Singletary auf Running Back, der war Anfang der Saison deutlich besser. Jetzt zum Schluss nimmt James Cook halt immer mehr größere Rolle ein und so. Das ist kritisch. Ähm, Najee Harris, der war am Anfang der Saison Fatal, ist jetzt ein bisschen besser geworden. Tyreek Hills natürlich, supergeil, war ganz lange der beste Receiver. Jetzt ist er der zweitbeste. Brandon Ayuk, auch besser gewesen, als viele gedacht haben die Saison, aber jetzt in der Woche hat er halt irgendwie zwölfmal Projected gehabt und hat, äh, nur zwei Catches gehabt und nicht mal vier Punkte. Danke, Brock Purdy. Schwein. Dann Hunter Henry, ähm, auf Tight End hatte ich Higby erst die ganze Zeit, aber jetzt seit Stafford raus ist, äh, ist es nix, nix wahres mehr. Ähm, da hab ich also ja likely noch zur Not, aber hm. Äh, äh, George Pickens hab ich als, als Flex drin zur Zeit, weil ich keinen guten dritten Running Back hab. Jalen Elliott hab ich als Kicker. Cowboys Defense hab ich irgendwann mitten in der Saison geclaimt, was ganz geil war. Äh, Derek Carr hab ich noch. Damien Pierce, den ich an sich natürlich gerne spielen lassen würde, aber der ist out. Dann Van Jefferson, keine Ahnung warum. Äh, Jameson Williams hatte ich die ganze Zeit auf, auf Injured Reserve und der ist jetzt hier halt noch drin. Ähm, ähm, Higby, falls ich den noch mal switchen will, keine Ahnung. Und also ja likely, wie gesagt. Jerry Jones hat garantiert, dass Odell Beckham in den Playoffs für sie spielen wird. Er meinte, ja, vielleicht nach der Woche jetzt werden wir mal gucken, ob wir da was verkünden und so. Also es klingt wirklich schon sehr, sehr sicher. Ähm, wie das Ganze dann laufen soll, ist, dass er jetzt schon unterschreibt, dann das ganze restliche Reha-Programm und bla 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 Heranführung an wirklich Spielen bei den Cowboys mitmacht und dann in den Playoffs dazu stößt. Wenn das wirklich stimmt, was ich nicht hoffe, weil ich das doof finden würde. Und schade für Odell, äh, schade für seine Legacy, was auch immer. Ähm, aber das wäre für die Cowboys auf jeden Fall richtig geil. In den Playoffs noch einen hoffentlich komplett gesunden Odell dazu zu packen, ähm, wäre, also was Besseres könnte denen gefühlt kaum passieren. Tom Brady hat gesagt, dass Ende der Saison alle Optionen offen stehen, das heißt weiterspielen, retiren, ganz retiren, direkt ins Coaching, in die Booth, was auch immer. Also er hat letztendlich nur gesagt, er legt sich noch nicht fest, was auch komplett logisch ist, dass er sich jetzt nicht mitten in der Saison, während sein Team noch auf einem Playoff-Push ist, ähm, und vielleicht sogar Division-Sieger werden kann, dass er sich dann nicht festlegt und sagt, ja, ich mach definitiv weiter oder ich hör definitiv auf oder so. Die meisten Leute gehen davon aus, dass er weiterspielt, ähm, aber die allermeisten Insider gehen anscheinend davon aus, dass er nicht bei den Buccaneers weiterspielt, sondern dass er zu einem anderen Team geht. Ist ja so frei, wie er frei sein möchte nach der Saison. Ähm, und die Teams, die anscheinend interessiert sind, sind New England, Überraschung, Überraschung, Las Vegas und die New York Jets. Wäre, alle drei, ähm, alle drei Sachen wären sehr interessant. Jets wäre halt witzig, weil es bei den Patriots in der Division wäre. Aber, ja, ich hab keine Ahnung, ich hab da logischerweise keine Insider-Informationen, Tom und ich reden über sowas nicht, ähm, aber der kann halt vermutlich wirklich, das ist einer der wenigen Spieler, der sich vermutlich komplett aussuchen kann, was er macht. Wenn er sagen würde, er will jetzt anfangen zu coachen, dann könnte es sein, dass er direkt einfach einen Division-One-College-Head-Coaching-Job kriegt oder was weiß ich, oder dass er direkt einen Coordinator-Posten in der NFL kriegt. So komisch wie das klingt, es könnte durchaus passieren, ähm, wenn er kommentieren will, würden die ganzen Sender sich um ihn schlagen und so weiter, also, ja. Russell Wilson ist durchs Concussion-Protocol durch, könnte jetzt also theoretisch spielen am Wochenende, ähm, will anscheinend auch spielen, aber das Team hat gesagt, nein. Kann man jetzt so oder so deuten. Die eine Deutungsweise ist, oh Gott, das Team will, will jetzt sogar Rippen sich angucken und, äh, einfach mal testen, was man ohne Russell Wilson hat und Russell Wilson ist mehr oder weniger medizinisch gebencht. Oder natürlich, man könnte auch sagen, ey, die Broncos können sowieso nichts mehr reißen, warum wir jetzt hier unseren Quarterback, äh, unseren Franchise-Quarterback riskieren und den eine Woche zu früh spielen lassen, wieder mit einer Kopfverletzung, selbst wenn er durchs Protokoll durch ist. Ähm, ich glaube, die, die Wahrheit ist mehr oder weniger beides. Du musst es nicht riskieren, ihn spielen zu lassen und wenn du gleichzeitig noch einen Nutzen davon hast, ihn nicht spielen zu lassen, ähm, gar nicht mal wegen des Draftpicks, den kriegt man in der ersten Runde nicht selber, deswegen hilft es nur in den späteren Runden dann und das ist, ja, so, so eher medium wertvoll, sag ich mal, ähm, sondern wirklich um sich anzugucken, okay, funktioniert das Ganze vielleicht jetzt, äh, offensiv meine ich, mit Rippen besser als mit Russell Wilson? Wenn ja, warum? Was machen wir anders, wenn unser Backup spielt? Denn ich glaube nicht, dass Leute wirklich auf die Idee kommen, dann zu sagen, oh, Rippen ist talentierter oder so, sondern ich glaube, das hat mehr dann einen schematischen Hintergrund, ähm, aber ja, warum nicht? Ausprobieren. Ich würde euch gern College-Spiele empfehlen, aber ist heute nicht so wirklich was drin, noch dazu, denkt dran, ab 19 Uhr ist ja NFL, äh, wenn ihr vorher schon ein bisschen anfangen wollt zu gucken, dann habe ich da ein halbwegs attraktives College-Spiel für euch, das ist der Wasabi Fenway Bowl, ähm, die ganzen Bowlgames sind ja immer gesponsert von irgendwelchen Firmen und haben dann so Namen, und das Ganze ist 17 Uhr, Cincinnati gegen Louisville, sind jetzt nicht die allerkrassesten Teams, aber die sind beide auf jeden Fall attraktiv, ähm, ich weiß nicht, wer bei Louisville spielt, aber whatever, also ich weiß nicht, wer auf Quarterback spielen wird, ähm, das, das kann aber definitiv interessant sein, also wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie 17 Uhr 30 mit eurem Zeug fertig seid, was ihr euch vorgenommen habt für den Tag und, äh, wartet dann quasi nur darauf, dass 19 Uhr Football losgeht, dann könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen einstimmen mit dem Spiel. Wie immer, riesiges Dankeschön an alle meine Kanalmitglieder und ganz besonders an die, die ich jetzt namentlich erwähne, die in meinem allerhöchsten Level sind, an alle meine Pro-Baller. Vielen Dank, by the way, Moritz, Till, Storna, 4, 20, Patrick, Venno, DC, Paul, sein Channel, Nick, for OBJ, TJ, Ryan, Benski, Stefan, Gründer, Josie oder Jonas, Hebi, Blinditsch, 91. Weiter geht's mit Doppoden, Ben Dachgeschoss, Gottkaiser, Hubball, Fabian, Marcel, Prinz, Cem, Hannes, Chris, Schredis, Matthias, Fischer, Joshua, E., Kurt, Nessner, GGT oder Lukas, Steve, Arizona, Marcel, Jonas, Eberle, Levin, Faust, Johannes, van der Kanale, Genuino2, Patrick, Schneider, Tobias, Marco, Christen, Riechert und It's Pretty Ass. Vielen Dank für den Support. Jungs weiß ich sehr zu schätzen. It's Pretty Ass übrigens auch Eddie, ich hab's nicht vergessen. Das war's mit dem Newsflash. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr auch nicht, würde ich mich freuen, falls ihr liked, dann lasst, wenn ihr neu seid. Nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Danke an alle, die mir die ganzen letzten Tage gute Besserung gewünscht haben. Ist wieder deutlich besser. Ich hab das Video, glaube ich, größtenteils ohne Husten überstanden. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.